Langsam fiel, der Tag sei end und die Nacht beginnt, in der Kärtnerstraße, da sind einer Bowling in der Wind. Servus zu tausendabend für den guten Zweck. Ja, der MC Meath ist da, live, ist ein Opelner-Fan. Und der Opelner ist natürlich ein MC Meath-Fan. Ja, ich möcht's euch gar nicht zu lange rausgezogen, Bier aufmachen. Die beste Halbe ist natürlich eine offene Halbe. Ich würde euch auch empfehlen, wenn wir schon bei MC sind und so weiter, Kopfhörer, ja, wenn ihr die Wahl habt, nehmt den rechten. Der geht ein bisschen besser wie der linke, beim linken da, ja, das verzehrt ein bisschen. Ich würde ihn da unten ansetzen, beim Kabel, aber aufpassen, dass das Kabel nicht da toucht. Prost. Das schmeckt ganz anders. So, jetzt würde ich euch sagen, viel Spaß noch beim MC Meath. Und der Steffel, der schaut an, wie auf dem Ohr, mein Steirer-Bund. Er hat wohl sein Glück probier'n, in der großen Fremdstadt. Er hat wohl sein Muse bringt ihm aufs Rennbahn-Express-Titelblatt. Aus der Traum, der Blatt, die Seifen, Blasen, nix ist blieb. Alles wie ein paar Schülerin in seinem Gitarren-Koffer drin. Ein Chicky-Town.